Das war ja sowieso auf Sherlock gemacht, aber wann war man denn mit dem geilen? Achja, das war in den 80er, ne? Stimmt ja. Lalalalalalalala. Oh, ist das cool! Oh, ist das geil! Ich feier das, muss ich ganz ehrlich sagen. Man konnte sich auch ducken, ne? Genau, ducken. Mist, jetzt komme ich da oben nicht mehr rauf, oder was? Äh, wie springe ich denn nochmal? Nein, uah. Uah, was? Ach, springen ging ja glaube ich gar nicht, ne, oder? Konnte man springen? Ich glaube, nein. Nein, 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 nein. Springen ging glaube ich gar nicht. Schade, jetzt haben wir ein bisschen Munition versäumt. Egal. Wir sammeln ein bisschen Muni ein. Muni, Muni. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Boah, so cool. So cool. Lalalalalala. Hey! Uha! Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, ich dachte, der dreht sich nicht weg. Ernsthaft? Du schießt mich an? Du schießt mich an? Ist das dein Ernst? Du schießt mich an? Aber ich komme mir grad wie zurück in die Zukunft vor. Oder zurück in die Vergangenheit, besser gesagt. So. Ich höre ein Telefon klingeln. Das ist aber nicht meins. Oh, da läuft jemand. Hier. Hey, da. Es ist Marco. Ich bin der Neustadt auf der Mainstraße. Okay, Marco ist am Telefon. Wir müssen ihn am Zeitungsstand treffen. Äh, runter der Hauptstraße. Wie cool die laufen. Das ist so geil. Ach ne, da sind ja nur Passanten. Oh Gott, ich hab Passanten erledigt. Oh Gott. Boah, ich hab den Tumigun. Huuuuh! Jawoll! Objekt komplett. Muss ihn erledigen bevor er entkommt. Was haben wir? So, oh Larrys. Da gehen wir doch direkt mal. Uh, was da mal denn hier schön ist. Uh, Weste. Munition. Aber das, das frage ich mich doch. Wenn, wenn doch. Ich sag mal, das Spiel ist doch bestimmt nicht groß, oder? Dieses Spiel. Warum das nicht auf diese Disc gepasst hat komplett? Warum sie das nicht komplett als Easter Egg draufgepackt haben? Weil, mir kann auch keiner erzählen, dass das hunderte von Gigabytes hat. Und damals auf der Gamecube Disc passte ja auch nicht so viel drauf. Wenn das vielleicht gerade mal... Uh, Alter! Würdest du mich verarschen? Alter! Ihr wollt mich doch... Überhaupt nicht. Uah! Genau, man konnte... Ich bin gleich tot. Uah! Okay, man konnte auch... Man konnte auch boxen. Hier ist doch noch einer, oder? Aber das, das, das hat doch... Sag mal. Hey, Kohle! Du 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 Du! Das hat doch keine Ahnung. Lass das mal. Vielleicht mal... Zwei Gigabyte haben. Wenn überhaupt. Glaube ich noch nichtmals dran. Okay, hier ist der News Station. Wo ist er denn? Hier, Zeitung verkaufen! Zeitung! Ihr bekommt Zeit! Oh, hier! Und wo ist das Ding? Oh, okay. Okay, wir müssen ihn jetzt beschützen vor dem Hideout. Wir müssen ihn beschützen, bis er entkommen ist. Ah, wie gut, dass ich... Wie gut, dass ich schon in der Bar war. Ja, geh weiter! Lalalalalala Boah, so richtig cool, ey, 30er Jahre Style. Lalalalalalalala Na, wo ist einer? Wie gemütlich er doch läuft, ne? Lalalala. Oh, morgen ist auch schon wieder Sonntag. Ich glaube, jetzt haben wir es. Glaube ich zumindest. Ah. Und jetzt verschwindet er ins Schwarze. Achtung! Flipp! Das war nicht damals schon so cool. So. Hier kriegen wir noch ein bisschen TNT. Sehr schön. So viel Munition haben wir auch nicht mehr für die... Guck mal, nochmal eben. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen... Ne, noch nicht. Okay, ich bleib erstmal dabei. Ähm, oah. Ich glaube, du hast das falsche Nummer, dear. So geil, dass da einfach mal so zwischendurch so kleine... Minisachen drin stecken, obwohl die eigentlich nichts mit der Story zu tun haben. Genau wie... Hier, glaube ich, auch mit dem Telefon. Ich glaube, du hast das falsche Nummer, dear. Ich glaube, du hast das Nummer, dear. Hallo, mein Freund. Komm, ich boxe dich weg. Yeah, 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 yeah. Genau, man konnte auch boxen. Das ging auch. Aha, nur für Taxis only. Okay. Ähm, da müssen wir, glaube ich, rein. Schauen wir mal eben. Oh, diese coole Musik mit dem Bing, Bing, Bing. Das erinnert auch so an... an GoldenEye-Zeiten. Voll cool. Lalalalalala. Äh... Ging's denn hier weiter irgendwo? Hallo, Freunde! Man konnte doch genau zielen auch, ne? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Da konnte man irgendwie eine Taste gedrückt halten. Da konnte man auch genauer zielen. Aber wie gut das immer noch funktioniert. Das ist der Wahnsinn. Hä? Und wie viel Spaß das immer noch macht. Also, mir zumindest. Ich hoffe bei euch auch beim Zusehen. Also, so sahen, wie gesagt, damals die Shooter aus. Ob man es glaubt oder nicht. Wir könnten ein bisschen... Ein bisschen Ammo gut gebrauchen. Ein bisschen Rüstung. Ein bisschen Heal. Ah, hier. Da lag was unterm Bett. Das juckt dem gar nicht, dass wir hinter dem standen. Okay, über die KI lässt sich streiten natürlich von früher. Aber trotzdem war es sehr geil schon. Aber sehr innovativ war die KI schon auch. Wie die auch weggesprungen ist und so teilweise. Uh. Äh, der Safe sieht sehr ominös aus, dass man den öffnen kann. Warte mal. Wir haben mal das TNT noch dabei, ne? Jawoll! Money! I got the members card. Okay. Da scheinen irgendwelche Guys draußen zu sein, die mich kriegen wollen. Ah, da unten. Uah. Da auch. Die getten mich gar nicht mehr. War's das jetzt? Ich glaube ja. Okay, jetzt müssen wir mit der Members-Karte, glaube ich, wenn ich das noch einigermaßen im Kopf habe, müssen wir, glaube ich, jetzt zu diesem Main-Gate, wo da stand irgendwas nur Taxi-Only. Boah, wie cool die doppelläufige Strohflinte doch einfach war. So eine Kultwaffe. Ach, da kommt's. Ciao. Aua, Alter, was? Oh. Wenn man damit gut umgehen kann und natürlich auch gut zielen kann. Weiß das Yuki gar nicht, dass hier geballert wird. Ah, doch jetzt. Ach, da hinten auch. Ach so. Ach so läuft der Hase hier also. So. Ich glaube, jetzt war's das. Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier Leben bekommen hat. Irgendwie ging das, dass man hier Leben bekommen hat. Aha. Guck mal an, da hinten. Da kommen sie schon. Da kommen sie schon angewatschelt. Wie böse der, wie böse der geguckt hat. Ne, 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 ne. Ich mach ihn alle. Ich mach ihn alle. So. Cool. Okay. Ich glaube, hier sind wir bei, genau, bei Big Tony. Wir werden Big Tony mal nen Besuch abstatten. Oh. Oh. Time-Crystal located. Time-Crystal located. Oh. Ah, hier. More Matt Ali. Da glaube ich auch. Hier. Keine Ahnung. Irgendwelche Herren mit Krawatte und Schlips. Nochmal More Matt Ali. Da weiß ich nicht. Aha. 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 So klischeehaft war das ja auch gewesen alles, ne. Big Tony halt. Italiener. Ne. Hat so ne Pizzeria und überall, äh, Portraits von Boxern im Café rumhängen. Alter. Ja, spring doch mal runter. Wenn ich auf die schieße. So. Freunde. Wie wärs mal ein bisschen Leben? Big Tony. Nee. Ach, hier. Ach, das war das. Ja, stimmt. Alter. Alter. Ich werde sterben. Ich werde so sterben. Wenn das so weitergeht, werde ich so sterben. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so fordernd ist noch. Oh, geil. Yeah. Und das ist das, warum ich das Spiel so gemocht habe. Mit zwei Händen rumballern, Alter. Wo gibt's das heutzutage noch? So cool. So richtig kultig. Wo gibt's das heutzutage noch? Noch nicht mal bei dem neuen Doom war das so. Yeah. Ich mach euch alle fertig. Nein. Game over. Boah. Scheiße. Fuck. Mist. Wir haben sogar unsere Karte verloren. Verdammt. Warum muss ich das immer wieder neu starten? So ein Mist aber auch. Wir ziehen das auf jeden Fall durch. Wir ziehen das durch. Aber sowas von. Okay. Ich beeile mich natürlich jetzt ein bisschen. Jetzt wissen wir ja, wo wir lang müssen. Verdammt. Das ist jetzt so... Das ist krass. Ja, Chicago. Ja, Chicago. Ein richtiges Dezloch. Und ich bin hier aufgewacht. Okay. Pass auf. Machen wir anders. Sniper ammo haben wir schon mal. Gesehen hat er es noch nicht. Glaube ich zumindest. Wo ist der hin? Okay, ich geh mal gucken. Ah, hier liegt... Ah, hier liegt auch schon ammo. Ammo. Ammo, Stein und Eisen bricht. Ah, guck mal. Schleichen mal. Das ging nämlich auch. Ja, wenn man die von hinten erledigt hat. Diese Mechanik hatte das Spiel sogar schon zu der Zeit. Wenn die von hinten mit einem Foulschlag erledigt hat, dann hat man die quasi heimlich gekillt. Und das war schon... Meilenstein eigentlich in der Spieleindustrie. Na, Alter. Huh? Okay, der hatte uns gesehen gehabt. Die unten wissen natürlich jetzt auch Bescheid, Alter. Okay. So lange sie nur unser ammo runterschießen ist mir das egal. So... Wo ging es jetzt weiter? Hier, ne? Jetzt muss ich mir erst ans Telefon gehen. Dann sagt er Na, meet me at the news station. Newspaper station. Newspaper station. Newspaper station. Newspaper in Main Street. Ja. Warte mal. Alter. Okay. Nein. 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 Okay. Das war nicht so toll. Ach, jetzt kommt das Auto, ne? Ganz klein, ganz klein. Okay, pass auf. Machen wir... Machen wir uns ganz einfach. Mit dem Auto. Na, wo bleibt's denn? Okay, wir haben ein bisschen Leben verloren. Ist aber nicht so schlimm. Hauptsache wir haben das Missionsziel erreicht. So. Und ich kann mich entsinnen, bei dem Spiel habe ich das sogar auf 100% gespielt. Was ist das denn hier? Hm. So, hier gibt's wieder ein bisschen... Bisschen Ammo. Ah ja, da steht der drin. Hier war... Hier hatten wir Besuch, ne? Genau, hier kam jetzt gleich Besuch. Die räumen wir jetzt erstmal hier von der Stelle. Hier kam, hier kam doch jetzt noch mehr, ne? Oder? Ach stimmt, die haben sich ja sogar selber erledigt. Stimmt, die haben sich ja zwischendurch sogar selbst erledigt. Ich schmack dich gleich mal. Stimmt, das funktioniert ja. Wenn die sich... Quasi, wenn ich jetzt, also hier als NPC hier stand und hier genau an der Mauer stand noch einer vor mir und der dann geballert in die Richtung, hat er den anderen miterledigt. Das ist sowieso geil. Manchmal haben die sich selbst... Selbst einfach umgebracht. Dann da in der News-Paper-Station. Hier, ha. Ja, 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 komm. Er soll sich bewegen. Ich hab doch aufgeräumt. Was? Oh, wer? Ach, hier. Hä, wieso läuft der jetzt nicht mit uns mit? Warte, vorhin lief der doch auch mit uns mit. Aha. So, jetzt muss ich kurz gucken. Erst kam, glaube ich, vorne, ne? Genau. Dann war hinten. Da kommt er schon. Das konnte man sich gut merken. Dann vorne. Dann, glaube ich, kam er da hinten. Oder? War das nicht so? Oder war der Sniper als nächstes? Ah, ne, der Sniper kam. Verdammt. Genau. Dann war... Von... Wo? So. Ich glaube, das war's. Oder? Ich glaube schon. Ah, da. Ja. Wo? So. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist safe. Ja, ja, ja. Okay, den haben wir. Ähm... Jetzt mal eben schnell... Ehm... Da ist da schon einer. Ja. Genau. 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 Also, wenn man's weiß, natürlich ist es einfach. Aber... Ne? Man soll... Den Tag nicht vor den Abend loben und... Man sollte vorsichtiger vorgehen. Auch bei dem Spiel auf normal ist es echt fordernd. Auch wenn's so billig aussieht. Er weiß, glaube ich, dass wir hier sind. Kann das sein? Oder auch nicht. So. Jetzt aber... Mit dem Safe. Na eben kurz gucken. Ah, hier. Dinamite. And like is deine. And I told you twice. And I told you twice. Hey, Marco. Find a window and check out sign. This guy is out to get you. Now guys are out to get you. Ja, 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 ja. Da hinten sitzt einer. So, der ist weg. Hier unten am Balkon sitzt einer. Mal gucken, wo der war. Hier irgendwo. Da. So. Dann war da unten irgendwo einer. Na toll. Ich treff genau den Pulli. Super. Das gibt's doch nicht. Und dann war... Da war da noch einer, oder? Oder waren das nur die drei? Achja, der eine hüpft ja gleich da unten raus. Ne? So war das ja. Oder können wir den von dem anderen Fenster erledigen? Warte, ich schau mal eben. Irgendwo spawnt hier gleich einer. So, ich bleib mal bei der Pistole jetzt. Bevor wir zum Endgegner da kommen. So. La 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 la. Der müsste jetzt da raus gehüpft kommen. Sehr schön. So, den haben wir. Sauber. Oh, wie geil das ist. Ich will das weiterspielen. Das war so viel Spaß. Warum muss das gleich schon zu Ende sein? Verdammt. Ach, jetzt sind die ja da am Sitzen in dem Fenster, ne? So, Nummer eins. Nummer zwei. Drei. Der gibt's noch nicht. Nummer drei. So. Und da hinten sitzt auch noch der Sniper. Aua, Alter. Was? Wo? Ach, da oben. Du kleiner Drecksack, Alter. Willst du mich verarschen? Und da hinten im Fenster sitzt einer. So. Ich glaub jetzt, ich glaub jetzt war's das aber. Das hat der nicht gemerkt daneben an? Egal. Was wir haben, haben wir. So, warte mal. Vielleicht kann ich die auch da mit dem Sniper rausholen. Dann spare ich mir die andere Munition noch. Na, wo bleiben sie? Da steht doch schon einer. Und da ist noch... Da ist einer. Welche lustige Maske, der auf hat, ne? Dabei ist das gar keine Maske. So, jetzt aber. Auf, nach Big Tony. So. Big Tony! Big Daddy is here! Und will die Heizkostenabrechnung! Wie gesagt, wenn man weiß, wann die Gegner wo kommen, ist es easy. Theiere 10